Der Turmbord zu Babel zählt zu den bekanntesten Erzählungen des Alten Testaments. Die Geschichte setzt kurze Zeit nach der Sündflut an, in der es wenige Menschen gab und diese beherrschten alle noch dieselbe Sprache. Diese Menschen waren stolz und hochmütig, sie wollten Gott gleichkommen und selbst Großes vollbringen. Damit sie in Zukunft an einem Ort zusammenleben konnten, bauten sie eine Stadt mit einem hohen Turm, der bis zum Himmel reichen sollte. Der Kupferstich nach Angaben des Jesuiten Athanasius Kirche aus dem Jahr 1679 stellt den Turm mit Auffahrtrampen dar, die sich um das Bauwerk wenden. Bei seinen Rekonstruktionsversuchen stützte sich Kirche unter anderem auf den griechischen Geschichtsschreiber Herodot, der einen achtstufigen Turm beschrieb. Diesem Kupferstich nach Kirche ist unser Holzmodell des babylonischen Turms nachempfunden. Wegen der Selbstüberhebung und des Übermuts der Menschen, die zum Turmbau führten, gab Gott ihnen unterschiedliche Sprachen. Dadurch konnten die Menschen sich untereinander nicht mehr verstehen und den Turm nicht fertigstellen. Diejenigen, welche die gleiche Sprache teilten, zogen gemeinsam von dem Ort fort. Die Menschheit verstreute sich über die ganze Erde. Kircher verstand die Erzählung vom Turmbau zu Babel nicht als rein symbolische Schilderung. Durch Berechnungen zeigte er, dass es Ansinnen, einen Turm zu bauen, dessen Spitze zum Himmel reichen würde, von vornherein absurd war. 4,5 Millionen Menschen müssten dafür 3400 Jahre ununterbrochen arbeiten. Das gesamte Holz der Welt würde für den Bau nicht ausreichen und ein Pferd, das dieses Holz transportieren müsste, wäre längst verstorben, bis es den Gipfel erreichte. Zusätzlich würde das Gewicht des Turms die Erde aus dem Zentrum des Universums rücken und damit das kosmische Gleichgewicht gefährden, schlussfolgerte Kircher, der noch vom geozentrischen Weltbild ausging. Gottes Motiv zur Stilllegung des Turmbaus entstammte damit nicht ausschließlich der göttlichen Eifersucht, sondern auch der Vernunft und Fürsorge für die Menschen.